hallo und herzlich willkommen hier bei ectowol ich habe zusammen mit dem audi mit dem dirk und mit andrea die casino missionen gespielt auf twitch da können wir gerne folgen der link ist unten in der video beschreibung ich wünsche euch jetzt viel spaß mit dem video ok auto und ab geht's wenn dann kommt zu mir ein kommt zu mir rein dann kommst du zu mir rein er muss dann selber fahren ich hatte mit dem wendel macht das wiedersehen auch ein schickes auto cool jetzt fahre ich mit dem random vielleicht geht er ja nicht drauf dabei aber kann man sagen dass man so ein hardcore spieler ist so ein baller der alles weg von uns und dann stehen wir da auf nur rum und sagen ja der hat halt level 400 gehabt da ist auch nur spaß hier mit reingekommen um zu trollen und zu sagen haha kannst ja mit dem chatten hallo wie heißt er denn agathom achlon alle alle tonnen kann aus allerion so allerion ja allerion ich habe nur gesagt soll ich zeit verlängern ja würdest du erst auf geschlossen machen können ja und ja doch ja gesagt ach so das habe ich dann nicht ja siehst du weil wir euch so leise ist ja aber der kann ich einfach lauter drehen und er kann dir immer sagen die hat aber gesagt weil der kirche superlaut so ist er nicht schneller als ich warum ist er gerade so schnell gewesen weil weil er eine abkürzung genommen hat die du nicht genommen hast ist auf anderen seite von der autobahn hochgefahren soja bestimmt das ist schneller das ist voll schnell hier dabei ach lass mich lass mich das nicht weg ja bleib einfach im auto sitzen passiert ja ich fahre ein stückchen zurück da hinten ist noch einer links ja ich kümmere mich um die linke seite wenn das nicht mal kommen mehrere recht er soll sich direkt eine vor hier stehen da oben im gebäude da oben so links ist auch wieder einer ja wieder einer links ja schön danke dass du noch gesagt auch einer ist da ja da kommt zu mir ist schon der dritte da kommt ja die der weg macht sie gerade müssen muss noch eine ja 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 naja da spot wird es auch wieder da ja wir müssen jetzt schon hängen wieder da ist wieder eine und zu mir bilden der bei mir ach ich wollte ja auch krass schießen aber ich habe es jetzt schon von mr chan kommen sie mit kommen sie mit kommt hallo kommt 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 auch hinter mir mr chan komm doch mit jetzt ja ja die schießen auf mich ja dann fahr doch weg mit dem auto ja dann fahr ich wieder weg kommen doch mit du olle und wieso kommst du nicht mit was los mit ja ja ich war ja nein wieso kommt er nicht mit jetzt kommt noch mit sonst kann ich nicht so fahren möchte das auto kommen mit kommst du das auto zu mir bringen ja komm es läuft doch mal ich bin hier 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 vorne bin ich was ist denn mit dem typen los als konnte wenn ich hier muss gleich bei der irgendwo mitfahren das ist auch immer stehen ich nehme sich mit kommen was ist denn das für ein auto nein was machst du da lass dich mal lieber mal gucken dass das mit der gang und fährst und das direkt ist ein bisschen sagt der kann so ein bisschen andreas helfen wenn jetzt gegner kommen dass sie nicht drauf geht was wir müssen kacke ich laufe weg hast du jetzt das auto genau wenn du sie gesehen habe naja doch so vorliegen sehr schön das kannst du leider nicht kaufen oder sowas das kannst du nur im glücksrad einmal gewinnen und wenn das gewinn ist das ist mega geil das kannst du ja leider nicht kriegen ja deswegen kannst du nur müsste wie fällt einmal irgendwie kriegen zum zu einer ganz kleinen prozentzahl oder so das wie ein leichenwagen oder audien das ist irgendwie sowas sondern das ist ja motor fahren von vorne das soll mir so als werde ich wieder mal schon sind wir dann schon den habe ich umgeliefert du nimmst die abgötzung hat keiner da da kommen sie wieder von links von links von rechts von rechts von links ruhig auf einen dauer vorbeigeworfen ach das ist die gegend war bahn oder ihr seid einfach so geister fahrern ein begeister fahrer möchte ich sagen aber ich hätte ja auch gut ich kann noch geister fahrer ich komme jetzt von vorne geister fahrer ach die sind ja bei bei ja natürlich ich habe ja auch mister chang hier ach drum haben wir ruhe ja so ist ja trotzdem nicht drauf gehen ja 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 ich kann mich ein bisschen wehren kann die mir ja gut das ist schon mal gut ein bisschen wehren kannst was war das so fertig fertig oh ihr seid schon da ja cool hm so dann laufen wir mal ja diesmal geht er sogar bis dahin ja dann lauf trotzdem jetzt nach vorne ja vielleicht komm da komm 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 lauf mit mir nach vorne hier vorne kommen wir gleich prügeln ja ich bin ja schon unterwegs prügeln oder laufen ich eigentlich falsch prügeln ja hier vorne ist exit ja weil wir hier vorne ist exit da müssen wir hin junge hier ist exit oben an der weg diese lampe ja hier ist noch exit jetzt geht's los jetzt müssen wir prügeln auf die fresse in your face komm schon oh nein warte 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 ja was hast mich angelabert was ach so noch reingetreten ja einer irgendwie ich habe auch die auto holen geradeaus ne oh vincent ist wieder da ja ich freue mich schon wenn wir mr chang auch genauso wieder hängen bleibt also nächste mission sein ach das ist das mit dem motorrädern ja ja da muss ich wieder andrea probier einfach am leben ja probier einfach irgendwie im leben zu bleiben und audi geradeaus ne geradeaus 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 ah wenns auf oh 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 ach man hat er sich direkt oh nein hab ich direkt und ja bei mir auch schon fast mich hat ein lkw abgeschossen ich bin noch nicht gequetscht ich muss war noch so lächerlich so kriegt ihn doch tot jetzt warum überfährt ihn denn so hart ich bedroht schon einmal ja ich auch hast du ja steig ein steig ein komm mit steig ein komm mit komplett komplett im arsch gemacht so von daher raucht auch schon darauf geballert wie sowieso ein verrückter einfach nur könnt ihr bitte probieren nicht drauf zu gehen mehr ja ich versuche ich laufe jetzt da in den tunnel rein wo wir mein motorrad ist ja kaputt ja lauf in den tunnel rein das ist eine gute sache ja ich habe ihn ja minimum zwei reifen zerschossen oder trex ist eigentlich recht nice und du kannst du zu anfang fahren so ja in der mission überhaupt nur so fahren bevor den glaube ich kaufen und den konzern nummerat durch den konzern mit später kaufen ich hoffe die kommen da nicht rein ja die kommen wir nicht rein dirk ja da auch irgendwie am leben ich wollte gerade eigentlich ertrinken was soll ganz so gut du wolltest nicht ertrinken es wollte mich ertrinken du bist im wasser wenn ich die scheibe einschlagen ich bin auch gestern irgendwo damit gegen gefahren war auch alles cool wahrscheinlich kann ich einen abschlagen es ist ja nur dass irgendjemand den gewinnen sollen wenn wir haben ja auch nur komplett vor zerstört so mit einem reifen der das schon geraucht gebrannt fast gebrannt also schon fast mit dem atomwaffe rauf schießen können sondern auch nicht mehr viel gewesen sind auch gar keine gegner mehr kann ich wieder raus ja da ja die stadt oder agathe bauer extra noch mal gegen gefahren es war schöne missionen 36 in sechs minuten gebraucht 37 mal raus kann ich das auch überspringen ja ganz auch übersprungen blablabla ja das geht nicht okay gleich als nächstes erstmal halt alle die noch keine panzerung oder sowas haben panzerung kaufen ja ich kann man die nur immer drinnen kaufen aber wenn du das so schnell schließen muss immer dann ist das schon kannst du erst noch mal am amonischen kannst du dir auch amonischen ja keine schwere panzerung ja drei level film ja aber du kannst auch so einfach schon mal ein bisschen panzerung und sechs kaufen ja leichte panzerungen habe ich ja hast du dann so gut ja dann habt ihr noch panzerung muss ja noch fünf stück direkt was hat auch die gesagt nein nein gesagt okay danke ja auch die kannst du bitte noch panzerung kaufen ja wer darf mit mr chang fahren ach das ist jetzt da wieder oben ja jetzt muss er wieder hinballern in den weinbergen und bemerken das auto mit mr fahr ich nee kannst du kannst du bitte aussteigen ich ja wir brauchen das auto muss heile bleiben ich fahr okay ach so du meinst okay sag wieder ein ja bin da weil unser auto mit dem wir hier fahren muss nämlich heile bleiben ja ollie kann das auto davon miss baker gerne zu ballern das ist scheißegal hier ist ja nur wichtig dass das der hier hat es gerade ein bisschen geleckt dass der hier halt recht heile bleibt weil mit dem fahren wir nachher wieder zurück wo ich habe 100 rp bekommen krass action die sind da sie sind da kommen wir haben sie raus gucken nein gleich rasten die wieder aus rastet der chinese wieder aus das kannst du übrigens aufwächst geben nein geht nicht doch nein ich drück doch es geht ja ja raste der rastet doch gar nicht so krass ja sagt dass wir nicht umförmlich ach du krasse ich meine so geil der sitzt da so und entschuldigt sich für seinen onkel und ist da voll yeah komm stehen da vier leute dabei die echt nicht die die mehr zwielicht aussehen als seine wachen da also ich würde auch niemanden zur verhandlung mitnehmen die die so aussehen komischen metal geschminkt bei mir und ein dreh auch komplett hier wird wo es eigentlich wo es eigentlich der gerade versteckt sich die gesamte weg der sitzen im auto oder so ja bringen sie mir ja da spiele da habe ich noch blöde weg aus bin ich ja hinterm smaker macht gerade trockengewohnung da bist du ja mit einem zylinder hallo miss baker da bist du der zylindermann so eine zicke trinkte gleich eine rotwein warum ist warum ist rotwein so gut immer bei den ganzen reichen menschen wieso kein weißwein doch kein rotwein warum kein blutwein ja was ist das für ein wein wo es kommt nein das raste der aus mit seiner kleinen knarre und was warum haut er einfach nur so eine knarre raus junge wir sind in los santos holt auch irgendwas anderes raus die ellenpistole wenn ich sich gewöhnen und knallt ihn erst mal okay dann naja ja dann hab ich habe so ein cooles rock an ja also ich bin auch gleich da unten sich gerade ich muss drüber ja das war genau ich bin auch welche falsch was die und treffe ich den nicht kümmern die lebe von unten einmal umgehen umgehen ah also ich komme ich mache das leben ich muss mich auch heilen ich würde ein paar auch den pilot den pilot ah okay ja Ach, Eck, du mit der Witwenmacher. Ja, kommt raus hier, kommt raus hier, Leute. Ja. Obwohl, ich treffe sogar mit dem Ganaten. Ja, so macht das doch nicht Sinn. Können wir auch so machen. Oh. Jetzt kommen Sie gerade auch ein paar Jahre an. Ich doch. Ah, kommt ein Helikopter gleich. Von hinten kommt einer, den mache ich. Na, kommt gerade nicht. Oh, ich kriege ein bisschen Schaden. Oh, hier hinten ist einer. Nicht so frei. Kann man doch sagen. So, ich schiebe mich mit dem Korzimmer. Ach, ich kann mich ja nicht schiebe. Witwen machen, das macht deutlich mehr Sinn. So, dann hat sie nicht gut. Oh, ich muss Becker aufladen. Oh, Becker hat sie. Ah, da kommen noch welche. Ja. Ja, die hat sie. Hat ihn. Da ist noch einer. Ah, da kommen noch mehr. Ich sehe ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Cool. Aus dem Fass kommt sogar Flüssigkeit raus. Man droscht. Ja. Ach, Odi ist da drüben. Ja, Odi ist da drüben auch nicht auf anderem sollte. Ja. Ich gehe zur Audi. Wir dürfen nur die Autos nicht gepackt machen. Nein, ich hab da so. Soll ich den abmachen? Nein. Hab schon. Okay. Soll ich noch hinten warten, oder? Ja, ja, warten wir ein bisschen hinten. Ich bleib bei Cheng. Genau, mach das. Bleib bei Cheng. Mini-Gun. Nichts, bevor sie sich geht. Halt mal lieber hinten irgendwie. Irgendwas schossen auf mich. Ja, hinter uns ist nichts, auf jeden Fall. Hier ist eben einer. Ich sehe gar nichts, weil hier alles voller Flammen ist. Doch, ich sehe ihn. Rennen da drüben. Willst du noch einer? Oh ja, aber den sehe ich gar nicht. Der schießt auf mich, aber ich sehe ihn nicht, also. Aufpassen, dass du nicht das Auto kaputt machst. Ah, das steht ja weit weg. Kaputt, das Auto heißt, äh, alles normal machen. Fehlgeschlagen, ja. Ja. Wo ist der? Ich schmeiß mal eine Granate in die Richtung, ne? Auto, probier, pass auf, lass mich aufs Auto schießen. Ja, so weit kann ich nicht werfen. Ja, man lasst sich das jetzt. Ah, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Ich habe ihn, habe ihn, habe ihn, habe ihn, hat er. So, alles gut. Hab ihn, hab ihn, ist gut, ich hab ihn. Fertig. Ja. Ja, und er bewegt sich wieder nicht. Ah. Doch, der bewegt sich da noch. Nee, das ist der andere. Der Cheng, der sitzt da bei mir noch, also es steht. Schiebe ich ihn wieder, alles gut. Ich schiebe ihn wieder, alles gut, alles gut. Ich muss jetzt schon noch ein bisschen schieben. Ja. Ja, er kommt, er kommt. Er kommt. Ja, und jetzt müsste der andere auch gleich laufen. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Olli, was, was hast du da hingeworfen? Du hast eine Haftbombe bei uns drauf geworfen. Nee, oder? Du Idiot, wenn du einmal G drückst. Nee. Wieso fährst du nicht drin, Hagen? Ja, warte, ich fahr jetzt schon mal vor. Ihr könnt ja schon mal alle, keine Ahnung, was machen. Ich hab ja so. Wenn mich hier eine Rampe nicht sowieso am Arsch. Was willst du eigentlich bitte? Warum machst du das? Hast du nicht hinten irgendwo raufwerfen können? Und was mache ich, wenn irgendjemand die scheiß Haftbombe trifft? Ja, warum tut man sowas? Welcherseits macht sowas bitte? Oh, wieso kann ich euch durchfahren? Scheiße. Oh, die Flikaden. Ja. Oh, das, wo man runterfährt. Okay, ich bin zu spiel runtergefahren, deswegen. Oh, zwei Helikopter. Da bin ich ja nicht rechts vorbei, okay, ist gut. Ah, eine ist weg. Oh, da ist noch einer. Ja. Ja, ist auch weg. Kann sich da auch ein bisschen drum kümmern. Oh, von vorne. Ja, ist gut. Ich tue mich mal heilen. Ja, heilen ist erhofft. Schön, dass das Teil jetzt auch schon abgefallen ist und ich glaube, dass du die Bombe nicht mehr drauf fährst. Oh, das stimmt. Oh, die ist, wieso, wieso? Oh, die. Ich habe mein Mikrofon angehauen. Ich hatte hier hinten auf die. Warum stirbst du denn? Oh, die ist gestorben? Wahrscheinlich direkt ein Headshot. Ja. Da kommt gleich alle von vorne. Okay, ist gut. Die Bombe ist noch nicht mehr dran von dir, Oli. Nee. Aber drück bitte trotzdem nicht, wenn es geht. Was passiert? Wenn du die ganze Zeit übergehst, komm, scheitern, scheitern, ey, du darfst nicht gewinnen. Ich fahre jetzt auf dem behinderten Parkplatz. Ah, wir sind da. Ah, wir sind da. Geschafft. War das jetzt so schwer? Ja, es war so schwer. Jetzt haben wir hier alle fünf in der Mk2 rumstehen, aber hier hinten ist meins. Und er fliegt mich einfach um. Nein, der fährt nicht über meinen. Ich mache, ähm, A. Ja, er fliegt zu B, hat er gesagt. Das habe ich sogar verstanden. Dann mache ich D. Hm, sehr schön. Wolli, wenn du bei B bist, kannst du recht gleich ein bisschen weiter fliegen, dann bist du schon fast da, wo die ganze Mission anfängt. Schönen mal wehen. Ich habe mir schon wieder den weitesten Punkt ausgesucht. Nice. Ja. Die D ist der weiteste. Na, okay, das ist nicht bei mir nur noch von Kahn. A ist down, ich bin fertig. Was? Ja. Okay. Du bist da noch. Oh, der ist aber weit weg, die. Ja, wir haben so. Okay, jetzt ist es auch da oben. Nö, er ruft wieder an. Ja, ich muss noch fahren. Ja, lass dir auch Zeit. Der ist am weitesten weg. Wir müssen ja ganz noch so weit hin. So weit hin zu. Ja, also kein Problem, können wir schon mal ein bisschen rumgammeln. Wir müssen ja gleich zum Punkt da hin. Äh, wir müssen ja hin. Hier müssen wir hin. Hier müssen wir übrigens hin. Hier geht es weiter, Jungs. Na, ich flieg gerade zurück. Ja, nee, wir müssen ja hier hin. Also, da, wo ich bin, da müssen wir hin. Gleich. Wirst du was? Wie wollen wir bimben? Ich hab schon zwei LKWs getroffen, ohne dass die auf unserer Lase sind. Achso. Na, nice. Dann können wir schon mal anfangen. Oh, nice. Noch nice. Was, verlass das Gebiet? Wir sind schon fertig. Direkt mein Quagen. Ja, ich hab schon. Nee, jetzt müssen wir weiter machen. Wieso, wie seht ihr das mal wieder an, Junge? Das hat ihn organisiert. Ihr seid schon da? Ja, wir sind schon. Wir wissen ja, wo es ist. Haha. Mhm. Ich muss ja den ganzen Wichter wieder... Ach, weg. Okay. Störe Tankwagen. Ach, man lasst das Gebiet. Ja, geil. Okay, gut. Dann müssen wir weg. Ich muss einfach nur abhauen. Am besten wieder nicht übers Wasser fliegen, ne? Ja, ja. Jetzt geht das MK2 einfach runter und sagt, aaaaaaah. Ja, auf den Dach bin ich gelacht. Rüfen, doch. Wenn ich da jetzt drüber sehe, darüber. Ja, nee, du bist doch hier. Hier, komm, komm, hier, hier. Siehst du hier? Ja, ja, da gehe ich hin. Ja, genau. Ich bin vorhin, also gestern halt zu weit nach vorne gelaufen. Direkt, du wirst ein bisschen angeschossen. Ja, ich muss mir auch schon direkt hier noch eine Rüstung anlegen. Wo treffe ich denn jetzt nicht? Jetzt habe ich ihn. Oh, die haut hier immer direkt nach. Och, hier ist ja noch Vince. Oh, da kann ich ja Vince. Ja, Oddi noch nicht, noch nicht, noch nicht. Warte noch ein bisschen. Weißt du, möchtest gerne. Ja, er schießt auf den Heli. Alles gut. Alles gut. Boah. Ja, wir haben ihn. Vince, ich möchte ihm einen Kopf schießen. Ich schätze hier so eine Welt, ne? Ja. Trifft der auch was? Ja, doch, der trifft auch manchmal was, ja. So, dass Vince steht da irgendwo rum. Ja. Wer auch immer bla 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 bla. Ja, tschüss. Ah, noch nicht, noch nicht, noch, Diok. Da kommen wir hier. Ab dem Pilot. So, langsam komme ich ohne Auto-Aim auch mit. Ja, komm, steh auf, Lose. Und? Oh, du Mensch. Oli ist gestorben. Oddi. Oh. Oddi. Und ich komme auch hier, muss man hin. Ja, ich sehe ihn schon. Oddi. Der lauft da hinten rum, oh Gott. Das ist immer, hat er gesporn. Ja, ich weiß, was er muss man. Es ist ja böse. Wir können vorrücken, glaube ich, oder? Nee, da drüben ist noch einer. Ja, wir müssen uns so ein bisschen halt so ein bisschen aufpassen. Wir sind immer in Deckung gehen und probieren, dann nicht irgendwo direkt. Nein, in Deckung gehen. Ich halte ihn noch ein bisschen. Den. Allein hinten sich den. Aber ja, kommt es gar nicht noch hoch. Ich bin keine Waffe. Ist tot? Ja. Ja, vor euch ist auch nur einer. Ja, ja. Ich muss essen. Ja, Oli hat jetzt schon, glaube ich, aber kommt noch mal hoch. Ja, kommt noch mal hoch. Ja, da ist er wieder. Ist er tot. Ja, ist er tot. Ja, bin wieder voll. Warte, ich merke noch mal eben kurz. Ich gehe schon mal vor. Ja, ja, ja. Ich gehe schon mal hier vorne, hier vorne schon mal. Ja. Ist tot. Da ist noch einer bei euch. Ja, da hinten ist er noch nichts. Da steht ein ganz vorne. Ich stehe ganz vor. Ich hab kurz sie eingemacht. Ich mach es ihnen hier an der Seite. Ja, da ist noch einer genau. Nein, ja. Nein, ja. Warum liess sie dann gerade nach? Scheiße, Mann. Sorry, ich wollte gerade... ja wir haben auch wir haben noch ich wollte ich hätte so schön umgenietet und dann so eine verfickte chance die kopter von hinten ich mache dann wo ich hab den ich hab den da unten andrea kann ich kann es ja nirgendwie war noch mal hier kommt man noch da kommen noch welche hinter uns ist noch zwei einer kommt die kommt jetzt gleich zu laufen glaube ich sind die am dach oben da ja die innen von oben und bei einer kommt es durch an kabin noch einer unter euch ist einer aber auch rechts unten ja ach jetzt von der welt wo von hinten angeschossen ja ihr könnt ihr könnt ihr mitkommen also hier ist doch der raum andrea ja ich komm wohl wohl hier sondern ganz ganz hier oben längst kommen hier oben ist gerne wenn du hier oben längst ist bei mir hier an der ecke zum pool hin aber auch hier kommt wir haben genau da wo die langsgegangen ist andrea kommt ja auch jetzt und rüber kommen kommen längst dann kannst du hier in den raum reingehen hier weil ich wieder rein da da bist du ja ich muss die kopie denn ja noch voll voll und ist noch voll 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 sehr ich hab ja ausgehalt dass dieser also der juggernaut ist oben, ja. Oh Helicopter, Helicopter, kann ich die mal machen? ok muss ich aber direkt wieder mit rüstung aufwerten, weil dadurch hab ich jetzt Schuss passiert Neko snacken ich schieße ja mal stumpf, da ist er noch so hier oben ist jetzt einer, hab ihn ich glaub da oben muss irgendwo noch ein zweiter sitzen ja verdammt verdammt ich sehe ihn ich weiß nicht ob ich ihn von hier krieg soll ich mal gucken ob ich eine granate hochwerfen kann hab ihn, hab ihn, hab ihn hab ihn, hab ihn hab ihn ich hab ihn ich hab ihn ja ich muss auch nochmal mach doch Spaß ok guckst du links, dann guck ich rechts ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht der treffe noch er liebt aber noch da kommt er kommt er eigentlich her ja gute frage wo zudem mit granaten machen sie ist eigentlich genau der hat so eine dicke panzer um an ach so und hat also sehr gerne noch da ja weiter kommt der wird geschossen wie gesagt du kannst auch den kasten davor gehen und dann mit normalen granaten aufwerfen soll ich das mal versuchen probieren einfach von der seite den kopf zu schießen wie lange schieße ich denn auf seinen kopf bitte ja ist tot auf seinen kopf geschossen da ist da und ist da und kann weiter hinten steht noch glaube ich noch einer irgendwo stehe direkt bei ihm oder anscheinend bin ich aber der jugger hauptmeister junger kommen jetzt mal auf ja kurz drauf kommen wo sich audi so ist noch ja das war es okay jetzt wieder hier hinten rum dann kommen wir direkt runter ihr wisst ja wohne wo ich bin ja und einfach runter gehen dann noch ein runter dann sind wir unten und sind wir bei winzen das war es ach ich stehe nur oben dann lasst mich an die drunter springen da muss ja nicht runter springen und ich will jetzt wollte gerade haben wir auch circa 20 nun dafür gebraucht das geht das geht voll fit in etwa was wir entfernen jetzt mit wem jetzt ja was nicht bei dem kampf 2 steht ob wir doch nicht das schon weil sie nur die uns wird schon alle irgendwie der maus hat schießt bei mir ja ich kann man muss definitiv direkt wechseln egal okay in der andrea der warte mal was sind denn farmer okay dann stehe ich wieder aus kommen wir raus raus steig aus macht und ich sagte auch steigen und rio ja sie soll aufsteigen muss ich fahren ja du musst fahren ganz so ein bisschen bei der raum immer immer so ein bisschen weg fahren aber ich habe noch ansonsten alles gut einfach so schön langsam dahin fahren und dann auch so nicht direkt ins getümmel rein auch immer so ein bisschen raus weit von auch immer gucken auf deine dass du das wirklich nicht zu selber kriegst auch ein bisschen schaden und da ich immer auch so ein bisschen in bewegung bleiben das war recht nice ja ich habe wieder probieren zeigen ganz niki zu hinzukriegen aber schon zu spät die wächter schon an die menge und dann sind sie schon soweit wo muss ich hin ja geradeaus 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 und jetzt 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 reicht es recht rum rechts rein rechts rechts abkürzen können ja stimmt gemacht das immer ein bisschen weiter fahren dazu labern und jetzt kannst du hier doch weil der wird geradeaus 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 ja da rein mach schon den heli kannst du ein bisschen weiter nach rechten links fahren links links noch ein bisschen rein fahren zurückfahren zurück 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 genau so dann ein bisschen stehen fahr mal ein bisschen nach vorne okay ja bleib mal ein bisschen stehen ja ich muss mich hielen mal also ja dann fahr ein bisschen weg wenn ich hielen muss ja dann fahr mal wieder zurück ein bisschen warte mal bin schon dabei habe ich gesagt bin schon dabei ja du fährst gar nicht nein ich habe mich gerade geheilt fahr an fahren 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 langsam 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 ein bisschen stehen bleib stehen bleiben stehen lang ich muss den hubby ganz ein bisschen stehen bleiben also wenn du keinen schaden kriegst ganz ein bisschen stehen bleiben ist alles gut ja habe noch ein bisschen hälfte habe ich noch kommen wir machen kurz kaputt und kann es ein bisschen vorfahren ob man davon war war zwischen soweit 22 genau darf ich so ein bisschen stehen kannst du ein bisschen zurückfahren zurück 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 ja das war es ich muss gucken wo der andere ist ein bisschen ran ein bisschen ran ran fahren nicht so schnell ich bin hier vorne ich bin hier vorne hier vorne direkt an der einfahrt bin ich eine einfahrt ok weiß egal ich kann auch hier von hier von schießen bist du bist du nicht traf ich sehe dich da die holen mich gerade ab ja gut sie holt mich ja nicht allein hier ist scheiße ich gehe direkt in das schild ja ich habe doch gerade ihm gesagt habe ich bin jemand abholen sozusagen ja 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 komm mir schon ich eile ja steh ich weil du und das ja ich musste mich heilen sonst wäre ich auch gestorben ich sehe dich ja wo du bist ja ok Oh, scheiße. Warum überwärst du mich denn auch, bitte? Entschuldigung. Bleib doch mal bitte stehen. Ja. Geht? Kannst du rein? Kommst du vorbei? Wir machen das anders. Steig bitte aus. Okay, ich steige aus. Steig hinten ein. Ja. Wir sind eh gleich fertig. Okay. Wir sind nicht mehr viele. Hier vorne ist irgendwo einer. Links, links ist einer. Links, links, links. Wo ist er denn? Stehen nicht. Oh, ich kriege jetzt Schaden. Der steht da hinten irgendwo drin. Ja, schieße einfach mal ein bisschen drauf. Ich teile mich denn dazu einfach in andere Ruhe. Ah, ich hab ihn. Okay, ja, sehr schön. Aber wie viel hält das Auto aus? Okay, wir müssen da hinten hinfahren. Müssen wir ihm kurz halten. Das stelle ich nicht in den Trick neben den. Da, ja. Okay, hab ihn. Sehr schön. Das müssen die Typen da umballern und dann, ja. Komm mal einfach mit in den Searchen. Ich fahr, du schießt. Ich schießt wieder, ja. Ja, kommen wir beide raufschießen. Das kann ich leider nicht weiter drücken. So. Wir sind uns weiter. Okay, ist down. Andrea, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, Andrea. Komm, 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 komm. Versteigen. Ach, halt doch die Klappe da, ey. Die ist so nervig, die Baker. Ja, aber ich hab's jetzt auch, okay. Annehmen, aufnehmen, los. Schlag ein. Schlag ein. Ja. Ja, ja, ja. So schön. So, jetzt schießt du jetzt gleich nur noch hier hinten. Siehst du diesen Heli da auf der Karte? Ja. Den grauen, da schießt du jetzt rauf. Schießt auf den grauen Heli. Vorne, vorne, hier vorne, auf den grauen Heli. Der graue, ja. Ach, scheiße. Ja, ja, ich schieß grad auf den. Siehst du immer auf den grauen hier vorne? Ja, ja, ich schieße. Immer auf den grauen da vorne, ja? Siehst du ihn? Ja, ja. Ich schieße ihn. Ja, gut, wir haben ihn. Ach. Ja, nice, dann können wir umdrehen und zurückfahren. Ja, kein Problem. Wir können hier ruhig eins vor Raketen und schießen mal auf ein paar Gegner noch nebenbei. Okay. Mal, hör auf mich anzurufen. Ach, die König. Ja, du musst Annehmen und direkt auflegen, ist wahrscheinlich egal, denn den Lava geht kurz zwei Minuten. Ja, ich spiel halt grad mit mir. Ja, ich spiel mit der Maus, ich hab das. Ja, ich auch. Dann nehm ich mit der rechten linken an und leg mit der rechten auf. Ja, ich hab's ja noch. Das ist klack, klack. Links, rechts. Alles gut, alles gut. Alles gut. Kommen wir noch, Mensch? Nee, jetzt kannst du in einer Ruhe ein Ticket zu machen. Das scheint mir Ticket zu sagen. Ups. Jetzt kannst du gleich auf die... Ähm... Äh, äh, hier. Ups. Ach, Scheiße. Ja, kein Problem. Jetzt kannst du gleich, ähm, hier in die Lobby gehen und dein Auto aufholen. Ja. Nachkommen noch mal eine Mission machen und dann... war's ja so. Ja. Da hast du auch so ein Auto wie Dirk. Und Dirk hat natürlich dann auch die ganze Mission auch noch mal wieder gemacht und dann hat er sogar auch noch mal so ein, äh... Ich glaub, irgendwie sein oder sowas. Hey, krieg ich dann noch einen anderen? Kann man zwei Autos kriegen oder? Nee, du kriegst nie sein, kriegst ein ganz bestimmtes Design. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, wie lange das hier ist, ist über ein Jahr her, wo die das angekündigt haben. Ich weiß auch nicht, was es da gibt. Das ist jetzt, ja. Ich bedanke mich ja schon mal bei euch. Vielen, vielen Dank für die Hilfe. Ja, bitte. Ihr habt ja die Arbeit gemacht. So, wenn jetzt die anderen nochmal wieder zurückkommen, dann wären wir auch, äh, fertig. Ja, sind fertig. Oh! Weil, wird... ...geschafft halt unten rein. Dankeschön. Bitteschön.